Die Michael Koch GmbH, von den Mitarbeitern liebevoll das Fabrikle genannt, ist in Ubstadtweyer zu Hause, etwa auf halbem Weg zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Das badische Familienunternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeiter. Es entwickelt und produziert sichere Bremswiderstände und dynamische Energiespeicherlösungen für die elektrische Antriebstechnik. Das neueste Produkt aus dem Hause Koch, der dynamische Speichermanager. Er nimmt die Bremsenergie elektrischer Maschinen auf und gibt sie direkt wieder zurück ins System. Das spart Energie, erhöht die Produktivität der Anlagen und schont langfristig die eingesetzte Antriebstechnik. Die Produkte der Firma Koch spiegeln wider, dass Ökonomie und Ökologie keine Gegensätze sind, im Gegenteil. Mit intelligenten, umweltfreundlichen Produkten und nachhaltigem unternehmerischen Handeln ist ein wirtschaftlicher Erfolg möglich. Das beweist die Michael Koch GmbH schon seit 19 Jahren und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Bis 2020 will das Unternehmen klimaneutral sein. Und damit dieses Vorhaben keine bloße Vision bleibt, werden Schritt für Schritt Maßnahmen umgesetzt. Zum Beispiel werden Kunden seit kurzem mit dem neu erworbenen Elektroauto beliefert. Die Michael Koch GmbH ist ein gutes Beispiel dafür, dass Unternehmen jeder Größe einen Beitrag leisten können für mehr nachhaltiges Wirtschaften.